Was? 3,453 Base? Ja moin. Ja moin, ja moin, ja moin. Die haben einen Battleship, ansonsten Mino, Salem, Nevsky, Daring, Chima und so. Mal linksrum an die Insel ran und versucht zu flankieren. Ich hoffe mal, dass die Kremlin auch irgendwie dann nicht da drüber kommt, sondern eher nach C und B fährt, dass wir uns dann mit den DDs anlegen können dort außen und vielleicht den anderen kreuzern. Ich finde Yami immer noch ein bisschen schwer, komme dir einfach nicht klar. Yamato ist auch kein Pusher, gell? In manchen Situationen kann man mit ihr mal Druck ausüben, aber sobald du in so ein Kreuzfall kommst, wie du das gerade hier gesehen hast, wenn hier Feinde stehen und da Feinde stehen und du fährst hier rein und man kann dir unter die Cheeks, unter die Backen vorne rechts und links schießen, unter den Frontturm, bist du so schnell tot. Yamato ist im Nahkampf ein Opferschiff. Die ist auf Distanz sehr, sehr, sehr genau. Hat eine gute Durchschlagskraft auf Distanz. Also Yamato eher als Long Range und Medium Range Schlachtschiff benutzen. Ja, Secondary Builds sind einfach tot momentan. Oder sagen wir mal so, sie sind sehr verkrüppelt und schaffen es halt einfach nicht, effektiv genug zu agieren. Es kostet dich zu viele Kapitänspunkte, um die Secondary vernünftig auszubauen und dabei verlierst du so viel Überlebensfähigkeit mit deinem Battleship, dass du zu schnell stirbst, dass es halt nichts bringt. Es lohnt sich nicht für dich. Viking Rider, hi. Und da müsste Wargaming meiner Meinung nach ein bisschen was machen. Dass sich Brawlin wieder mehr lohnt, dass du, wenn du ranfährst, auch dafür eher belohnt wirst. Deswegen, das ist auch derselbe Grund, wieso Kremden in der Meta momentan meiner Meinung nach, also das ist meine subjektive Wahrnehmung, dass die Kremden kein Meta-Chef momentan mehr ist. Man sieht die auch im Random kaum noch. Weil die eigentlich davon lebt, dass man ranfährt auf Mid- und Close Range und kämpft. Also es ist eher so Mid- und Close Range weiter. Aber du hast so viele Battleships, die auf Distanz momentan agieren, alle Kreuze, viele Kreuze, die auf Distanz agieren, und du dann einfach von alleine bist. Kann das echt sein, dass ich gerade es verkackt habe, den Reset reinzudrücken? Ich habe echt verkackt, den Reset reinzudrücken. Mino in der Mitte. Die ist weggefahren. Das ist unangenehm, ne? Weil jetzt kriegen sie ja hier den Cap. Also haben sie den Cap und kriegen Punkte ohne Ende dadurch. Ich komme nicht an die Sale am Rand, noch nicht. Schade. Jetzt würde ich an die Sale am Rand kommen. Das haben wir. Ja, wir haben die Galant hier außen. Muss aber trotzdem auf die Salem achten. Aber die kann uns momentan nicht mehr treffen. Noch ein Treffer auf die Shima, unsere Masse müsste jetzt die Shima locker rausbekommen. Die Salem macht mir immer noch ein bisschen Sorge. Vorne ist die Haaland, okay Salem ist abgedreht. Jetzt mal ein bisschen besser treffen hier. Oder die Haaland. Schauen wir mal, ob wir sie noch erwischen. Dürfte tot sein. Okay, haben wir. Einmal konzentriert kämpfen und Goodies. Jetzt hoffentlich keine Tops von ihr mitnehmen. Die Salem schießt auf uns. Da ist die Shima Kasa. Fährt wieder vorwärts. Findest du Horst Falke? Ich finde das immer noch super spannend, das Spiel. Es kommt immer drauf an, mit welcher Klasse du spielst. Wenn die Battleships zu langweilig sind, kannst du Zerstörer fahren. Für Zerstörer ist es momentan echt spannend eigentlich. Weil auch teilweise Kreuzer nicht mehr so aggressiv ranfahren. Weil keine Battleships mit vorpushen oder weniger Battleships vorpushen. Dann hast du mehr Platz, Freiraum, sag ich mal, mit deinem Zerstörer. Bei den Caps. Also für DD-Hunter DDs. 1 gegen 1 DDs. Duell DD, sag ich mal. Ist das ganz interessant. Ja Leute, jetzt wird das hier aber auch ein bisschen schwierig für uns. Am Leben zu bleiben, wenn wir eine Kremlin dort haben. Die uns echt gefährlich werden kann. Plus eine Salem. Manewski ist auch noch mit am Start. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Nicht gut. Oh. Schauen wir es raus. Haben wir gerade mein Radar an für die Salem. Die hat halt super viel HP noch sogar. Ich muss meine Masse so halt irgendwie noch ein Stück weit helfen. Retten. Ihr helfen retten. Wartet mal kurz, wenn wir schnell genug sind und sie kein Radar poppt jetzt. kann ich sie möglicherweise noch bestrafen. Kann ich sie möglicherweise noch bestrafen. Zu spät. Schöne Tops. Schöne Tops. Schöne Tops. Sehr schöne Tops. Schön ist die Daring, wie es aussieht. Gegen die Nevski möchte ich jetzt nicht unbedingt kämpfen mit so viel HP. Der macht uns platt. Ähm. Staring dort oben. Ja, noch eine Venezia. Was wohl läuft dort hinten? Sehr schön. Alf the Great. Ich danke dir für dein Follower. Moin. Guten Abend, Free Thunder. Zwei Zetas. Mhm. Mit nem Battleship. Ab seit 1,5 Jahren kann weber erstmal gespielt. Lohnt es sich wieder einzusteigen? Ich glaube, die Frage kannst du nur für dich selbst beantworten, wenn du Spaß daran hast. Schiffe versenken. Einfach ausprobieren. Also Lederzeit kannst du einsteigen in Warships. Würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so schwierig und so komplex wie World of Tanks. Meiner Meinung nach, wo halt so unfassbar viele Panzer dabei sind, wo es noch viel wichtiger ist zu wissen, wo man wen treffen kann und muss. Oh scheiße, fährt da volle Kanne hier rum und ich stehe breit. Das kostet uns jetzt echt HP. Oh, wir haben Glück. Wir haben sehr viel Glück. Also das kann ich noch nicht sagen. Ich habe einen Launch-Bone-Bone run. Es gibt noch einen Launch-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone-Bone. Die Daring sitzt irgendwo dorthin. Venezia, du fährst bitte nicht. Oh mein Gott. Ich kann dir nicht helfen, Venezia. Also nicht auf die Schnelle so, ne? Wir müssen Kreuzweihe aufbauen. So Nevsky. Venezia lebt noch, das ist sehr gut. Auf den nächsten großen Penguin. Privat Love, Privat Love, Privat Love. Markus, Dankeschön. Ich will, dass es keine Petrobovlovsk ist, ne? Sonst hätten wir jetzt gerade schon Probleme. Kann ich mal ihn mal vielleicht ein bisschen besser treffen in den Aufbauten oder sowas. Dann ist er nämlich auch gleich raus. So. Ihn habe ich. Ich Depp habe die ganze Zeit die Schütze getroffen von ihm. Da die Aufbauten. Schlecht gezielt. Dankeschön. Für vier Monate. Markus. Moin. Und hallo Alissa. Servus. Die Qualität des Spiels hat stark nachgelassen. Es ist so, ist schwierig die Aussage, weil du hattest, also einerseits hast du viele, viele Hardcore-Spieler, die seit der Alpha-Phase mit dabei sind. Die aufgehört haben, das Spiel zu spielen. Andererseits hast du viele Spieler, die seit der Alpha-Phase mit drin sind und immer mehr dazulernen. Die Leute, die unbelehrbar sind, nehme ich jetzt mal außen vor. Aber allgemein hattest du am Anfang die ersten ein, zwei, drei Jahre oder sowas, hattest du viel, viel mehr Leute, die einfach öfter breit rumfahren und wegsterben. Ist so mein Gefühl. Mittlerweile wissen die meisten Leute eigentlich, dass sie nicht breit fahren sollten, dass sie anwinkeln sollen und so weiter und so fort in Battleships und so weiter. Dann kommen halt aber auch wieder neue Leute dazu, Casual Player. Schwer zu sagen. Ich habe keine Einsichten in Statistiken. Vom Gefühl her würde ich sagen, es hat sich eigentlich nicht viel getan, hat sich nicht viel geändert. Früher waren Leute schon blöd, heute sind Leute blöd, früher waren Leute schon stark, heute sind Leute stark. Es wechselt einfach nur durch. Ich denke mal, dass der Eindruck vielleicht auch entsteht, weil viele Bekannte, die gut gespielt haben, halt aufgehört haben, das Spiel zu spielen und man sich dann vielleicht auch keine Mühe macht, neue Leute kennenzulernen, die ebenfalls gut spielen oder so. Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass man selber besser wird und dann merkt, wie viele andere Fehler machen. So. Ups. Ja, jetzt wollte ich machen. So. Ich habe keine Hydro mit dabei gehabt. Bin selber geortet. Das ist schon in das mit drin. Meine englische Grammatik Skills sind unbestreitbar. Der Durchschnitt war schon immer knapp unter 50%. So. Er versucht uns jetzt natürlich wegzutoppen. Er bobbelt noch kurz an der Insel entlang. Of course. My English Skills are not from the bad parents. Jonas. Oh, endlich gewonnen mal. Endlich mal eine gute Runde gewonnen hier. Was? 3,4, 5,3, Base? Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. War eine schöne Runde mit dem Moin. Moin. Ja, moin. Ja, moin.